Ich bin die Christine Hofmüller. Ich habe die letzten vier Jahre für VolkanTV moderiert und das hier ist mein neuer Arbeitsplatz. Der Antonella, das ist mein Lebensgefährder, der ist Italiener und den habe ich vor vier Jahren kennengelernt und irgendwie hat sich das so ergeben und dann hat er mir einmal dieses Plätzchen gezeigt und gesagt, da würde ich auch einmal gerne arbeiten und so hat es sich ergeben. Und ich möchte euch dazu ein bisschen was zeigen und zwar wir sitzen jetzt direkt am Strand der Römer und zwar das nennt sich auch der römische Strand, das ist circa 20 Kilometer vom Stadtkern entfernt. Römer, Römer, Römer Hallo, hier sind wir jetzt bei meinem Arbeitsplatz im Büro und da passieren ganz, ganz interessante und spannende Geschichten. Unter anderem sitze ich jetzt gerade da und schreibe ein Buch und zwar geht es da um die Liebe und da ist auch mein Mikrofon, da nehme ich immer zwischendurch wieder auf, wenn es etwas zu besprechen gibt oder derzeit produziere ich auch gerade meine DVD. Und ja, ich würde sagen, jetzt zeige ich euch ein bisschen was, wie ich lebe, wie ich wohne. Und zwar da, also das sind wir jetzt in der Küche, da auf der rechten Seite ist der Innenhof, der ist noch nicht fertig, da sind wir noch dabei und das ist mein heißgeliebtes Kernöl. Das erinnert mich immer, wenn ich an die Steiermark denke und dann mache ich mir einen guten Salat, wenn ich ein bisschen Heimweh habe an die Steiermark in Österreich. Und da ist mein Antonello. Und das ist meine Chippie, das ist unsere Hündin. Und ja, wir freuen uns total wieder, wenn wir bald wieder in der Steiermark sind. Und in diesem Sinne, bis bald. Ciao. 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 Ciao.